jetzt kommt hitze deck auf deck packen Untertitelung des ZDF, 2020 die schießen leider aber nur einmal zwei Asche nebeneinander oh man kann die Tonnen auch abnehmen kann ja auch die Tonnen nehmen ne wo ist denn das hier wo ist denn das hier achso aber dann schieb von Bord da trifft er mich mit dem Raketen scheiße ey kann es auch niemand erzählen schon eingeschlafen ja ja Ah, doll, quatsch, ich doch nicht, gucke voll eurer Konzentration zu. Ich darf mich von diesem Raketenwerfer nicht anvisieren lassen. Du hast ja keine Chance, sonst, wenn die Feuer frei machen, dann ist Ende im Gelände. Weg! 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 Ja, Mann, da hoch! Komm schon! Neuer Versuch! Also an diese Flammenwerfer komme ich ja gar nicht ran, ne? Da brenne ich ja jedes Mal. Sobald ich mich denen nur nähere, brenne ich. Keine Chance! Ich komme an die Flammenwerfer nicht ran, ohne getroffen zu werden. Was mache ich denn da, wenn dann ein Raketenwerfer in der Nähe ist? Oh, Mann! Ich gehe eigentlich mal rückwärts. Lah's habe ich hier! Oh, Ma.'" Ach. Sherbet! Mag. Julie! Musst. Anne. Ga. Skull. Ob ich das schaffen werde? Dass man den nicht mitnehmen kann. Weg! Ach komm, ficken! Ah! Oh, oh, oh! Okay, konzentrieren wir uns jetzt nochmal. Volle Konzentration hier. Kann man auch von Bord werfen. Ich muss diesen Flammteilen einfach aus dem Weg gehen. Weg! 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 Dann flog eine Granate. Äh, hier, so ein, ne? Weiß schon. Nein! Ah, nein! Ah, nein! Warum? Oh, 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 oh Ah! Ich meine, die Dahlia wieder über Bord. Also diese Schlagzeuge-Tüdel. Schlagzeuge ist das Beste, ne? Schlagzeuge. Schlagzeuge. Nein! Hohoho So 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 Nein Warum brenne ich denn schon wieder? Wollte nicht brennen Ja Ja Huh Nein Ich war doch schon im Ziel Und fliegt dann da ein Besucher hinterher Ich finde das jetzt echt unfair Das war sehr ärgerlich Oh Scheiße Jetzt brenne ich schon wieder Ich brenne Ich brenne Ich brenne Ich 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 Schnell losgelassen Damit ich wegkomme Keiner Mann Ich 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 brenne ich schon wieder Mann Ich Ich brenne Ja Oh Da kommt so eine Bazooka schon wieder hinterher geflogen Flammenwerfer interessieren mich nicht, dass der mich nicht getroffen hat. Nein! Fing! Fing! Tu das nicht! Fing! Mann! Scheiße! Jetzt bin ich schon wieder ans Feuer gelaufen! So schwer ist das eigentlich gar nicht! Ja, scheiße ich brenne schon wieder! Geh doch weg nach Hause! Ich bin ein Korrella! Ja! Eigentlich nicht, aber irgendwie doch! Ich will doch nur von Bord! Oh nein! Brenne schon wieder! Fing! Ach! Das ist doch viel zu schwer! Ja! Kann ich nicht umswitchen auf dem Vogel und die Pflicht hier einfach rüber! Nein! Mann! Sobald das weiß ich nicht! Ich höre mich schon an wie so ein Gorilla! Mann! Mann! Ich war doch schon im Ziel! Scheiß Rakete! Fing! Komm! Weg! Bam! Mach cambio! Unruhe! Dann vermute меня! Dann vermute ich michFR mit dem Ich will eben auch hier ... Was soll ich noch machen? Jetzt werde ich gar nicht wissen wie oft ich schon gestorben bin. Oh, komm mal einfach quer durch. Sicken. Genauso. Genauso. Oh nein, ich brenne schon wieder. Hilfe. Nein, ich brenne schon wieder. Aber das gibt's doch gar nicht. Sobald da zwei Raketentypen sind, trifft mich die zweite Rakete auf jeden Fall. Oh Mann. Geh nach Hause. Über Bord. Ich kann so gut durch vor Helden. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ah. Zu viel da unten. Was ist da los? Hilfe. Nach Hause. Okay, die haben sich alle selbst getötet. Okay, sehr gut. Geh mal eben kurz da hin. Halleluja. Oh. Neeeeeeer Nee! 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 Na! Ich brenne! Nee! 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 Das hinweg! ... Nein... Okay, da unten rechts muss ich auf jeden Fall... Hallo. 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 Hallo! 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 Zack! Nein, ich brenne schon wieder! Mann! Hi! Nein, es brennt schon wieder! Nee! Aloha! Aloha, hey! Aloha, hey! Wieso Aloha? Back! 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 Nein, ich brenne schon wieder! Mann! Tschüss! 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 Jetzt hänge ich hier eine halbe Stunde! Pass mal auf! Mann! Warum brenne ich denn da wieder? Warum? Warum? Warum ist hier eine Sackgasse? Warum? 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 Ist die Banane von diesem Gorilla-Grumm? Okay, wir müssen auf jeden Fall unten lang. Oben komme ich zu oft in Sackkassen. Okay, Sackkasse. Ey, ich habe auch keine Chance auszuweichen. Keine. Sackkasse! Sackkasse! Malzeit! So, jetzt aber hier. Randaler Ralf. Randaler Ralf. Ich bin jetzt Randaler Ralf. Uah! Uah! Weg! Weg! Ah nein, ich brenne schon wieder! Hilfe! Uuuuh! Aaaaaaah! Boah! Das war so knapp. Au! Das gibt's nicht! Die Kavise und... Wie so ein Zäpfchen kam dir nachher gefälzt? Und dann trifft sie mein Polo auch noch. Nein! Also diesen Bazooka Leuten... Ach, die sind alle Drei kacke. Guck dir das an! Mann! Weg! Nix weg! Oh, da fährt ein Auto rum. Nimm mich mit! Ich hab doch den Knopf gedrückt, warum schaffst du ihn da nicht weg? Ich bin gleich auch so im Frack. Ach, Mann! Leute! Was soll ich denn machen? Hilfe, 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 Hilfe! Fuck, kill dich doch selber ab! Fuck, kill dich doch selber ab! Fuck, kill dich doch selber ab! Neee! 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 Hallo! Peng! Neee! Noch mal nen Arm hinterhergeworfen! ... ... ... ... Ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, 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 brenne! Was ist das hier? Nein! Nein! Ah, da kommt das Auto! Bin ich tot? Bin ich tot? Oder war das Ironie? Ich entkomme dem ganzen Theater und sterbe durch einen Autounfall. Oh, das können wir noch. Oh, Nashorn! Tiere! Weiß ich nicht. Hier, Schlange! Boah, das ist aber riesig. Boah, wenn ich in mein Gorilla-Käfig bin, ne? Was muss ich denn tun? Willst du mal was sehen? Okay, okay, okay. Ich kann auf einer Stelle laufen. Ja, ich zeig euch meinen Arsch. Hier, guck dir mal meinen Arsch an. Guck ihn dir mal an. Guck ihn dir mal an. So, warte mal gucken, was macht er denn? Ja, komm, gerade alle hier. Wow! Wow! Ja, da ist er leider. Die Schülkröten helfen nicht. Die Schülkröten helfen nicht. Sehr gut. Hier rein! Nein! Hier ist noch ein Nashorn. Hier ist auch noch einer. Hier ist noch einer. Sehr schön. Schlange auch. Hier war noch einer. Hier war noch einer. Hier nochmal zwei Bären. Zack! 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 Was auch immer du bist? Jawoll! 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 Einfach nur reinlaufen! Was ist überhaupt? Ich glaube ein Braunbär oder so, oder? Ich glaube... Ich brauche hier gar nichts machen. Die Tiere machen alles. Ich muss sie einfach nur retten. Ich werde euch alle... Ach, diese afrikanische Musik, ne? Die, 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 die... Das Getrommel! Wenn ich jetzt sterbe, dann drehe ich aber durch. Ich bin schon am helfen hier. Ich habe eigentlich genug Tiere... ...dass sie normalerweise doch eigentlich das ganze Level... ...alleine schaffen müssten. Guck mal, wenn ich da einfach so gegenlaufen muss nur, ne? Warum schaffen die... ...Mühlpferde dann nicht? Ey, out! So, wir haben sie alle gerettet! Alle sind sie gerettet! Und somit haben wir zwei Spiele durchgespielt. Boah, dieser Ton! Gott, war dieser Power Guy oder was auch immer. Das war ja schrecklich gerade. Äh, 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 äh! 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 Äh, 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 äh! Äh, 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 äh! Äh, 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 äh! Untertitelung des ZDF, 2020 Und ja auch der Frank machte mit und der Kenny und Kyle machte auch mit und Papa Musik 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 Das war's. Das war's. Und das war Ape Out. Ape Out. Alle vier CDs durchgespielt. Easy. Disc 4 Ende. Und wie oft sind wir gestorben? 47 Mal. In 31 Minuten. Aber es gibt ja noch den Schwierigkeitsmodus. Wollen wir den auch mal machen? Den Schwermodus. Wir können ja mal reingucken, oder? Ich fand das eigentlich so schon ganz schwer. Ich bin der Schwierigkeitsmodus. Ich werde die Schwierigkeitsmodus. Ich bin der Schwierigkeitsmodus. Also das ist ja vom Prinzip her genau das gleiche wie vorhin. Nur soll das ja schwerer sein. Wahrscheinlich mehr Leute, ne? Ja, hier ist er schon ordentlich. Und die Schrotflinten sind jetzt schon da. Und das Level ist auch viel größer, oder? Okay. Wollt ihr nur mal reingucken? Was ich noch gucken möchte, ist... Arcaden-Modus? 10 Punkte! Ach so, wie viele Punkte man schafft innerhalb von einer Minute? 60! 60! 80! 60! 60! 80! 11! 120! XXXQVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 20! 21! Also das ist das gleiche, ja ok, alles klar, gut, dann würde ich sagen haben wir das Spiel durchgespielt und dann